so leute weiter geht's mit fifa und wir machen heute weiter mit der supercoppa real hat die große gegner haben es so floor wechseln nach gehen für zwei jahre mit inklusive korruption soll er ruhig gehen ist kein problem ich sehe nur dafür da gewesen um um die aufgabe zu erfüllen der wahl möchte zu beldi haben das war mal 50 millionen auch so blöd glaube so auf geht supercoppa heute wollen wir uns auf ein tolles spiel ein echtes highlight seit tagen wird nur noch über diese partie geredet gleich geht's los bleiben sie dran hallo liebe fans hier aus dem ist derzeit regnet wir begrüßen sie recht herzlich zu dieser heutigen begegnung wolfhus und franco spahn begleiten sie am mikrofon durch dieses spiel heute präsentieren ein echtes top spiel atletico gegen atletico madrid es ist ein hochinteressantes spiel ich glaube beide haben hier die gelegenheit noch mal was auszuprobieren von der taktik her vom kader her von der aufstellung ich glaube auch in der hinsicht wird es ein spannendes spiel die aufstellung von bau herz stück dieser volk auf geht superkoffer natürlich das mittelfeld ja im 442 mit raute sind sie im grunde da in der zentrale ganz gut aufgestellt und das bieten sich ja auch noch die möglichkeiten bei schiri der hat schon gelb er sieht nur gelb molina ist nicht einfach wird auch das trainerteam jetzt vor eine große herausforderung stellen da brauche ich gar nicht direkt zu probieren felix ja wie soll ich suche immer noch einen geilen linksverteidiger regler holen und dann ist es antworten kriegsmann der auch glaube ich über zig ecken basket wäre aber wäre auch ein kandidat für den wechsel das ist der abwehrspieler das ist der abwehrspieler scheiße der geht einfach vorbei ein unfassbarer das ist der bau liegt nun also mit einem tor hinten das spiel geht weiter so anders soll so kann man auch schon mal in eine partie schlecht starten 0 2 woher seht leider elf minuten gespielt das ist einfach nur ein exzellenter kopfball deshalb ist er da vorne drin so wichtig hier steht es 2 zu 0 sieht alles ziemlich gut aus aktuell das ist einfach nur ein klasse täglich anders soll also wie gesagt gerade so schlecht in einer partie zu starten es wurde in den letzten tagen viel über ihn geredet denn für ihn ist es heute das spiel gegen seinen früheren klub das ist mit sicherheit keine einfache aufgabe er kennt den verein du kommst aber überhaupt nicht in die partie weil die gar nicht in den zweikampf kommst du musst ja gerade höllisch auf was ist ja nicht du musst jetzt echt aufpassen dass du dich da auf die fresse kriegst atletico steht ziemlich gut der gut aufpasst wieder saul der überhaupt nicht dahin sich beeindrucken lässt überhaupt überhaupt gar nicht auf die weg kommt es überlaufen zu werden das war eine gute chance aber der ball wird abgebrochen ja der ist in jigo martinez hat jetzt vielleicht platz auf dem flügel felix ori super abgelaufen vom 18 jährigen barella überhaupt nicht also du musst jetzt hier irgendwie mal ein bisschen reinkommen in diese partie ich weiß nicht was jetzt los ist gerade kein stürmer da vorne kommt sie wirklich in die position wird nicht mehr angespielt kriegt keinen ball da vorne jetzt vielleicht mal majoral majoral warum schießt du nicht also der muss doch sitzen warum schießt du nicht majoral und wenn du diese spielerische überlegenheit ja so wie heute sie sind da on point die gefahr scheint erstmal bereinigt das war ein hervorragender zweikampf ja alles gut du kommst überhaupt nicht in die zwei kämpfe 0 zu 2 nach zehn minuten in solange eben dort sind wir wirklich auf die schulschüsse aber gar keine gab es ja bei kein ball reingehaut geht da vorne es ist momentan schwierig was wir machen das sind ja doppelwechsel jetzt und vielleicht war vorne noch was zu bringen immer neu immer neu und die obelag holt sich das ding ohne probleme ich komme nicht in die partie weil jetzt wird es relativ zeitnah den anschluss einfach mal gehen kann vielleicht noch was die mal neu der lexverteidiger mit dem zug zum tor macht ihm wurde der ja so ein bisschen wackelt da hinten den man ja gerne versetzen würde und so kann man sich mal wieder rechnen immer neu super und jetzt ja ganz lange mal auf wie auf williams williams olmo merino den braucht man eigentlich vorne drin die flanke kommt an den kurzen posten nein keine gute befreiung hier da machen sie zu richtiger leider nicht der ball grießmann jetzt grießmann mit der flanke er geht aufs ganze mit der grätsche aber kein faul alles richtig gemacht gut amel so was gibt es hier nicht mehr gut alles alles All in! Das war's. Man tut alles, man tut alles, und man kriegt's nicht hin. Und es ist die Nummer 16, der so früh die gelbe gesehen hat. Molina! Kommt überhaupt nicht! Tja... Ah, ich... Nee... Also, heute ist es mehr oder weniger die Anfangsphase, die man so ein bisschen verpennt hat. Diese ersten 11 Minuten. Ich komme nicht in diese Zweikämpfe rein. Man verliert die Supercoppa. Hochverdienen mit 1, zumindestens 1 zu 3. Puff! Puff! Ja, wenn du die ersten 11 Minuten nur zwei hinterlegst und nicht nur noch reinkommst, dann kriegst du eigentlich so ein Gegentor noch am Ende. Hochverdient verloren, muss man so sehen. Was war das jetzt für Wettbewerb eigentlich, wenn ich ehrlich bin? Wenn das Pokalfinale war, dann sind wir nämlich jetzt raus. Was war das? Ja, es war... Supercoppa halt, ja. 1 zu 3 Heimniederlage gegen Madrid, gegen Atletico. Ist nun mal jetzt so passiert. Schade. So. Jo. Scheiße. Aber ist halt so jetzt. Ja. Sind wir raus? Und am Ende ist es dann nicht so. Gut. Ich bin raus, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen... Bye float. Bye nu viel Tats! Bye Elsa Schnier! Untertitelung des ZDF, 2020